Die Berichten zufolge, die wir derzeit vorliegen, ist noch höchst keine Handvoll Gegner am Leben. Ja, Herr Oberschrug, bevor. Ja, Sie sind an der Tat in allen Nachmitteln, und das war aber eins, glaube ich. Aber ich habe meine besten Leute damit beauftragt, sich zu stoppen. Nein. Nein, nein. Nein. Ich verstehe, Herr Oberschrug-Beführer. Die wahre Oberschrug-Beführer, Sie werden nicht weit kommen. Ja, selbstverständlich möchte ich gerne befördern werden. Nein, natürlich nicht. Das ist schon. Nein, das würde ich nicht. Ja, mehr als alles auf der Welt. Zwei, ein Mädchen und ein Junge. Das bedeuten wir alles, Herr Oberschrug-Beführer. Nein, das wäre ja mein Ende. Ich werde ja mein Bestes tun, Herr Oberschrug-Beführer. Wir werden uns sofort darum kümmern. Wir tun alles, was in unserer Macht steht, und wenn wir versagen sollten, was wir selbstverständlich nicht werden, übernehme ich persönlich die volle Verantwortung dafür. Jawohl. Nein, nein. Untertitelung des ZDF für funk, 2017